Hallo und herzlich willkommen zurück bei New World Empires, wo ich mich versuche in der Rangliste von Age of Empires, die jetzt endlich da ist, hochzuarbeiten. Ich habe, ganz wie ich es erwartet habe, meine Placement Matches, allesamt verloren, alle 5. Es waren 2 dabei, würde ich sagen, wo ich eine Chance hatte zu gewinnen zwischendurch. Ja, und bin in dem Beispiel in den Bronze 2 gelandet. Ich frage mich ein bisschen, was ich hätte tun müssen, um in der untersten Liga zu landen, der ganz untersten, so bin ich nur in der zweiten Ligsten. Und ja, irgendwie wird der MMR angezeigt. Ich bin mal gespannt, ob der sinken und steigen kann oder ob der nur steigen kann, was halt nicht so das sinnvolle System wäre. Ja, und jetzt schauen wir mal. Ja, weil auch das werde ich oft wiederholen. Ich bin halt niemand, der jetzt groß Build-Orders oder so anguckt, sondern ich bin eher jemand, der gerne selber ausprobiert, selber macht und so weiter. Bei StarCraft habe ich das damals ein bisschen gemacht mit Build-Orders und so weiter, aber auch da habe ich dann früher oder später eigentlich so meinen eigenen Weg entwickelt. Und bin damit immerhin in die Gold-Liga gekommen. Ich bin ganz offen, ich glaube nicht, dass das bei Age passiert. Ich glaube nicht, dass ich es in Gold schaffen werde. Aber schauen wir mal. Was ich krass finde, ist, dass immer noch die Spielsuche echt lang dauert. Ich muss mal auf die Steam-Charts gucken demnächst und einfach mal schauen, wie viel das Game jetzt gespielt wird. Weil ich mir nämlich nicht sicher bin, ob die Leather sechs Monate nach Release, ob die wirklich dazu führen wird, dass das Game nochmal ein Revival bekommt. Die haben es nämlich dadurch, dass es so Feature-Incomplete war am Anfang, haben sie es echt ganz schön getötet, das Game. Ja, es ist schon krass, dass du hier teilweise zwei Minuten sitzt. Papa Samba. Ja, also so wie ich es gehofft hatte, dass ich jetzt dadurch mit den Noobs hier, die kaum gespielt haben, wie ich es einer bin, in einer Liga bin, das hat sich nicht wirklich bestätigt. Muss ich sagen. Ich werde, glaube ich, mal ein bisschen anderes Opening probieren, als sonst. Und zwar mehr auf Nahrung von Anfang an, damit ich schneller Dorfbewohner pumpen kann, nebenbei. Okay, der hier hat einen relativ langsamen Rechner, wie es aussieht. So, das werde ich trotzdem machen. Zack. So, zwei Aufholz mache ich auf jeden Fall. Da ist das letzte Schaf. Da haben wir schon mal vier Schafe, das ist gut. Das ist gut, das ist gut. So, dann hauen wir einen Prelat raus. Und dann mache ich erstmal noch drei Aufnahrung. Und dann gehen wir aufs Gold. Das probiere ich jetzt mal. Ob das aufgeht. Schauen wir mal. So, den stellen wir mal hier hin. Weil, in meiner Theorie, kann ich dadurch dann schneller Dorfbewohner pushen. Und dadurch dann ja auch wiederum schneller produzieren. Weil ich muss auf jeden Fall irgendwie mein Opening schneller machen. Das ist nicht gut. Ich glaube, ich brauche viel zu lange, bis ich Heidwigs Dorfbewohner zusammen habe. Und dementsprechend sind die Gegner dann auch immer viel schneller schon voraus. Und dann hauen wir direkt fünf auf Gold, damit wir dann die Zeit rausholen. Das ist jetzt mal der Versuch. So, du bringst mal die Schafe hier noch weg. Und danach gucken wir mal weiter über die Map. Und dann gucken wir mal weiter. So, dann schicken wir den hier zum Holz. Erstmal. Erstmal die Nahrung pumpen. Vom Gefühl her produzieren die Dorfbewohner langsamer, als sie das damals getan haben. Kann das sein? Ja, gegen seine Scouts werde ich nicht ankommen. Da haben wir zumindest ein Wild weggeschnappt. So, dann packen wir noch zwei auf Stein. Ja, genau genommen, wenn ich gegen Groß spiele, müsste ich, wenn ich ein guter Spieler wäre, eigentlich das machen, dass ich hier rübergehe zu ihm. Gucke, wo er gerade jagt und müsste ihn eigentlich versuchen, ihm seine Rehe wegzuschnappen. Deswegen könnte ich, wo es auch offen gesagt, niemals spielen. So, hätte ich es gerne. Versuchen wir mal schnell rumzuziehen, weil wir haben noch einen Nahrungsüberschuss. So, und hier packen wir dann mal nochmal... Ja, machen wir gleich fünf auf Holz. So, bauen wir schon mal zwei Kasernen. Ne, warte, hier ist sie nicht gut. Dann bauen wir hier zwei Kasernen. Ey, du Sack! So, den Killar packen wir hier rein. Bauen wir aber noch einen zweiten für hier. Dann werden die nämlich schon mal alle gebufft. Du baust schon mal eine Mühle hierhin. Ich überlege, ob ich jetzt versuchen, mit den frühen Waffenknechten zu pushen. Das ist wahrscheinlich dumm. So, ein Verlade noch. Wir brauchen Häuser. Der ist jetzt in der Verdahlzeit. Das heißt, wirklich Möglichkeiten für Pushter werden wir nicht haben. Oh, einen hätte ich gern noch. So, der Baff da. Stein haben wir nebenbei auch schon. Ich glaube, ich sollte die Sperrträger auch mal buffen. Damit ich zu nun welche produzieren kann schnell. Ich gucke einfach mal. Das ist wahrscheinlich ziemlich risky, was ich hier gerade mache. Aber gut. Hier, was hat der denn vor? Interesting. Vielleicht als Spyro-Wall. Mal leider auch noch welche. Okay. Okay. Okay, was genau hat er vor? Okay, was genau hat er hier vor? Okay, was genau hat er vor? Okay, was genau hat er vor? Okay, was genau hat er vor? So, dann holen wir uns auf jeden Fall, obwohl im Marktplatz bringt mir gar nichts, ne? Ah, und ne Schmiede wäre ich auf jeden Fall. Okay. 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 Komm, ein Holz noch. So, ok. Dann, gerade die Wale. Mit zehn Leuten. Der soll sich hier mal umgucken. Ja, ok. Das gewinne ich nicht. Aber da wäre ich jetzt auch nicht weggekommen, von daher. So, wir holen das. Zack. So, wir holen jetzt hier mal die True Reliquia bitte. Da brauchen wir noch einen zweiten Prelaten. Wo ist denn die auf? Wo ist denn die auf? So, und ich brauche auf jeden Fall gleich mehr Darung. Ich überlege, ob ich hier einfach ein Dorfzentrum hinpacke. Ich glaube, das mache ich. Bisschen risky, was ich gerade mache, weil wenn er das sieht, dann ist es doof. Jetzt machen wir mal ein paar Schwerträger. Dann machen wir mal so. Dann kann ich zum Not auch schnell hin. Und A muss schützen, weil er kommt mit Ritter an. Oh. Boah, die Glickchen liegen ja richtig scheiße. So, wir sollen mal mitgehen. So. So, wir sollen noch zweimal auf Holz. Äh, warum sind... Na, scheiße, ich hab mich irgendwie verklickt. Jetzt zieht er das schon wieder durch. Was hat der denn vor? Was hat der denn vor? Okay, warum sind die Nahrungsdinger nicht fertig gebaut? Ich bin verwirrt. Was genau hat der vor? Ich bin sehr verwirrt, was genau er vorhat. Warum... Och, kacke. Warum hatte ich die dabei? Was soll ich flicken am Ziel im Feld? So. Du machst hier bitte auch noch ein Feld hin. Dann haben wir 20 auf Nahrung, 16 auf Holz, 10 auf Gold. Und wir bauen uns hier noch einen Prelaten. Oh, muss man wirklich jedes Mauerstück einzeln andrücken, ja? So. Erladungswerkstatt, zweimal. Und definitiv noch mehr Leute auf Holz. Fünf noch. Upgrades holen. So, wir haben das extra Gold. Dann würde ich sagen... Gehst du mal nach hier. Und du buffst hier. Kein Grund zur Eile. Dann holen wir uns das Upgrade. Dann holen wir uns das Upgrade. Da haben wir Stein. Los, Holz. Wir brauchen Holz. Und ich baue doch mal einen Marktplatz. Ich werde das für dich errichten. Einfach nur... Damit wir... Äh, traden können. So. Dann holen wir noch mal fünf aufs Gold. Probierst du wieder aufs Holz? Dann holen wir noch mal. Kommen wir mal. Vielleicht auch nicht... Nur so, sondern auch Schwertfäger. So, Stein ist alle. Dann gehen wir mal an das hier ran. So, ich hätte gerne noch einen Triebock, ehrlich gesagt. So, den machen wir auch noch mal. Fünf für Nahrung. So, ich frage mich, was der gerade macht. Ob der einfach nur auf Masse geht? Gröser, da. Wenn er stirbt, ist egal. So, brauchen wir jetzt noch einen Triebock. Und das Upgrade. So, ich weiß. Okay, ich glaube, ich kann... Also, vielleicht ist es auch eine krasse Fehleinschätzung jetzt. Aber ich glaube, ich kann draufgehen. Ich glaube, ich kann hingehen. So, du nimmst dabei mal die Heilige Stätte hier ein. Und dann auch ein Feld. So, verteilen wir mal hoch. Also, vielleicht verschätze ich mich jetzt auch gerade total. Der hat einfach die ganze Zeit übel gebufft. Aber ich glaube nicht. So, dann kann ich auch gleich imp gehen. So, ich warte mal, bis die Burg hier fertig ist, damit ich mich da hin zurückziehen kann. Aber hier ist halt auch immer nur Level 2. Also, eigentlich, ich bin von den Upgrades her vorne... ...bin gerade eigentlich in allen Belangen vorne. Ja, und dann würde ich sagen, nehme ich die hier einmal kurz. Oder... Obwohl, warte mal. Ja, ich hoffe, wir gehen mal gleich erst imp. So, ich gucke jetzt einfach mal nach, wie es aussieht. Ja, der geht noch da. Ich habe gerade irgendwie das Gefühl, irgendwas ganz krasses zu übersehen. Und dann, wisst ihr was, wir gehen jetzt einfach mal auf Nummer sicher. Und bauen hier den Palast hin. Scheiße. Rein, 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 rein. Abbrechen. So, dann schicken wir mal einfach alle Reinforcements nach hier. Äh, hallo? Es ist halt trotzdem over, glaube ich, oder? Okay, ich glaube, das schaffe ich sogar. Ja, wenn sie ein, zwei killen, macht nichts. Das Gefühl, irgendwie einfach eine super Abgefahrene. Warte mal, ich will hier mal kurz gucken. Ach, da war die ganze Zeit ein Haus. Das habe ich nicht gesehen. Hat Kapitul jetzt, sehr gut. Null, das habe ich nicht gesehen. Ich hatte die ganze Zeit nicht gehört, was der rote Punkt ist, aber ich habe das Haus nicht erkannt. Sehr gut, gewonnen. Gibt es mittlerweile Replays? Ich würde mir sehr gerne angucken, was er gemacht hat. So, plus 15 Punkte. Ja, mich würde halt wirklich interessieren, was genau er vorhatte. Hier habe ich schon mal zuerst mal reingepokt, habe ihm ein paar Dorfwohner weggenommen. Weil ich war ja, also es gab ja keinen Belang, in dem er vorne war. Das ist so, mich irritiert, was er, kann man, nee, es gibt kein Replay, kann das sein? Weil es gab ja keinen Belang, in dem er vorne war. Ich habe trotzdem mal GG. Noch ist er nicht rausgegangen. Hm. Okay. Oh, 15 Punkte nur für den Sieg, okay. Okay, na gut. Ja, weil mich würde, er hätte sehr interessiert, was er gemacht hat, weil er ist ja nicht auf Wirtschaftsboom gegangen, er hat halt diese Mauern um mich herum gebaut, er hat halt versucht, mich einzuwollen. Das war der Plan. Ha. Okay. Na gut. Ähm, ja. Dann freue ich mich über meinen ersten Sieg. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Rauton und ciao.